hier verdammt die akulat wissen wie man jemanden versteckt warte ich höre hubschrauber mann da sind bestimmt die conduits drin verdammt zu spät stimmt ja auch klar ich bringe einfach auf wackelige container drei stockwerke über dem boden so ein spaß da passt man wenn man im hintergrund arbeitet wenn du auf einem container bist zerstöre die winde mit der hubschrauber hängt meine engel fangen die container dann auf guter plan aber bitte schießt nicht auf die engel denn nur durch sie kommst du an die container heran hatte ich eigentlich auch nicht vor sie zu schießen kein quatsch ich bin genial jetzt ist natürlich nicht fest jetzt man glaubst du denn so waren die denn jetzt natürlich weg glaubst du denn da so wie kommt er jetzt noch mal hier lang Ja, ich dachte, wenn der Abschütz fangen die mich auf, greife ich jetzt nicht da. Hey, Engel, Vorsicht! Ach so, ich muss das machen, okay. Okay, er haut einfach ab. Naja. Wo ist der nächste? Ich glaube, da drin hier in diesem... Ich glaube, da drin war doch dieses Miststück. Wie hieß die denn gleich nochmal? Ich komme nicht auf den Namen, es liegt mir auf der Zunge. Ach, da hinten. Ich muss ja zu dem Ziel gehen. Augustin. Genau, so wie du siehst. Wooh, Container-Surfing! Eugene! Hier kommt noch einer! Boah, ich hoffe so sehr, dass wir irgendwann dann zum Schluss, dass wir diese Augustin fassen und die fertig machen. Krassel wieso! Nein! Halt mich doch mal fest! Engel, fangst! Ich brauche aber auch erstmal wieder Video-Ressourcen. Hallo? Ich bin fest! Hä? Ich dachte, hier wär was gewesen, aber nein! Oh nein! Oh nein! Ich würde eigentlich näher... äh, ich würde eigentlich im Video... Oder was soll's... Das Blöde ist aber auch, bis man mal hier Video-Quellen findet, das ist ziemlich schwierig. Oh, Naja? Oh, meine Reine! Oh. Oh, eine lange Hahn zu sp chairen. Oh錯! Oh, ja! Oh dear. Das war's. Wo ist er? Das muss doch hier sein. Hier! Soll ich noch einen runterholen? Ich weiß, das war jetzt zweideutig, aber egal. Muss anscheinend weitermachen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? So, was 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 ist er? Vielleicht warte ich erst mal einen Moment, bis er wiederkommt. Na, komm. Gut, 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 gut. Komm her. So. Komm, komm. Na, zum Glück. Der letzte Container steht im Dennypark. Das DOP ist unser Weg. Sie dürfen die Kondo ins Licht kriegen? Ihr dürft diese Leute nicht mitnehmen. Oh, was macht er denn? Nein. 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 Nicht gut! Kann doch nicht wahr sein! Ich hab ja noch nicht genug Kräfte für einen Frontalanschlag, das ist ätzend! Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Jedes verfluchte Mal! Ich hab's schl investigación, mach von jetzt. Ja, schläfst du mal zu? Er macht ja einfach nicht! Oh! Alright! Okay, so stay ford! No, no, her Lord is Takder! Ja, natürlich. Braucht aber auch viel zu lange, viel zu lange! Ja... Perimeter verkleinert! Oh, Mann! Ich kann das nicht mehr! Bin der? Nein, 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 bleib bei mir! Nein, 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 bleib bei mir! Eugene? Komm schon, Mann! Du kannst nicht einfach mit mir Schluss machen! Du kannst nicht mit mir Schluss machen, als wenn die eine Beziehung hätten! Der läuft doch einfach nur! Blick auf, denn hier bin ich! Eugene, Kumpel, sag bitte, dass du das bist! Oh, das wird euch Typen gar nicht gefallen! Wo ist... Okay, Teen Angel, ich habe sie für dich weich geklopft! Eugene, wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das... Du bist UNWÜRDIG! Du bist echt ein Sack, wenn du... Ja, du bist echt ein Sack, wirklich warm! Das ist ein Sack, wenn ich hier sterben muss! Direkte Schusslinie suchen und Feuer! Und vor allem, wenn der Speichertum zu weit auseinander ist, das kotzt mich auch an! Okay, Teen Angel, ich habe sie für dich weich geklopft! Eugene, wenn das hier vorbei ist, zeigst du mir dann, wie das geht? Du bist UNWÜRDIG! Du bist echt ein Sack, wenn du zum Engel wirst, weißt du das? Das ist ein Sack! Das ist ein Sack! Das ist ein Sack! oh man die person gefunden okay ich habe sie für dich weich geklopft jean wenn das hier vorbei ist zeigst du mir dann wie das geht du bist echt ein sack wenn du zum engel wirst weißt du das hallo schläfst du mal zu er macht mal wieder nicht er macht wieder nicht das was was ich will ist das einfach wirklich gegen mich hier das biech hallo ich drücke weglaufen er macht es nicht ich hasse das jean wenn das hier vorbei ist zeigst du mir dann wie das geht du bist du bist echt ein sack wenn du zum engel wirst weißt du das lauf doch er macht sich man ich habe schon die schnauze voll oder sehen wir uns im nächsten bad bis dann